Wir haben mit der Firma Gräms Müller sehr gute Partnerschaft gefunden. Für kurzfristige Lösungen ist es besonders wichtig, dass eine gute Handschlagqualität vorhanden ist, dass auf Zuruf zielgerichtet diese Erfordernisse umgesetzt werden und möglichst kurz Lösungsvorschläge präsentiert werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Firmen haben sich dieser Herausforderung gestellt. Firma Kremsmüller hat eigentlich sehr schnell auf unsere Bedürfnisse reagiert und maßgeschneiderte Lösungen für die sehr anspruchsvolle Aufgabe angeboten.